Stehen drei Schlosser vor der Himmelstür. Ein Pole, ein Italiener und ein Deutscher. Kommt Petrus raus. Hey Jungs, ich würde mir ganz gerne ein neues Portal machen lassen. Könnt ihr mir ein paar Angebote machen? Naja, sagt der Pole und schaut sich das große Tor an. Mit 600 Euro bist du dabei. Petrus, 600 Euro. Wie kommst du denn auf den Preis? Der Pole, ja ganz einfach 200 für mich, 200 für die Steuer und 200 fürs Material. Der Italiener, ich mach's für 900. Petrus, 900? Wie kommst du drauf? Naja, also 300 für mich, 300 für die Steuer und 300 fürs Material. Schließlich sagt der Deutsche, Petrus, 3000 und ich mach's. Petrus, 3000? Wie willst du denn den hohen Preis rechtfertigen? Der Deutsche, pst, Petrus, komm mal her. Petrus tritt heran. Der Deutsche flüstert, man, ist doch ganz einfach. 1000 für mich, 1000 für dich, 400 für den Italiener, dass er die Klappe hält und 600 für den Polen, dass er es macht.